So, hallo ihr Lieben, ich zeige euch jetzt heute wieder ein neues Video und ich weiß, ich habe beim letzten Mal gesagt, es wird etwas Größeres, aber nein, ich mache nochmal etwas Kleines und zwar gab es gestern bei uns Antipasti und ich konnte nicht widerstehen, es gab Oliven und habe gleich angefangen zu häkeln. Ja, das sind meine kleinsten, neuesten Werke sozusagen. Ich habe es in Grün probiert und in Schwarz, leider hatte ich nicht dieses Dunkelblau oder Violette, so diese typische Olivenfarbe fürs Dunkle, aber ich finde es auch nicht schlecht geworden. Gut, von dem Grünen hier finde ich es ganz gut geworden, natürlich könnt ihr da wieder variieren, ich werde es noch in einem bisschen anderen Grünton probieren, mehr so ins Kacki rein. Aber fürs Erste, glaube ich, schaut es doch gerade süß aus, ganz niedlich. Ich zeige euch einfach mal, wie es geht und dann habe ich morgen gleich eine Überraschung für die Kleinen. Und zwar nehme ich für die Olive feines Garn her, ich finde, das kommt dann viel besser zur Geltung von der Farbe her. Fürs Innere nehme ich wieder ganz normale dicke Wolle, aber äußerlich hat mir das jetzt besser gefallen, sie kennt es dann so schön. Bei der dunklen habe ich jetzt ganz normale Wolle ausprobiert, nur innen drin fein, also da werde ich schauen eben, dass ich eine andere kriege, so dieses so dunkelblau und eben lila, violett sowas und auch mit den feinen Garn, ich glaube, dass das dann besser zur Geltung kommt. Wenn ich die gehegelt habe, zeige ich die euch zwischendurch, aber jetzt zeige ich euch einfach mal, wie es in Grün geht und sie ist wirklich sehr, sehr simpel, ändert ein wenig an die Traube. Ich würde sagen, dann fangen wir endlich an. Also, feines Garn und ich häkle mit einer 2,5 Nadel. So, ich mache einen magischen Ring und mache sechs feste Maschen hinein. So, also, fangen wir an. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, nochmal nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann den Ring zusammenziehen. Und ich häkle, so wie meistens, in Runden weiter. Wer möchte, kann natürlich eine Kettmasche machen, aber ich finde es schöner, wenn man in Runden weiter häkelt. Und dann gehen wir von den sechs festen Maschen auf 12 hoch. Also, jede Masche verdoppeln. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, und 12. Ich bleibe jetzt bei den 12 festen Maschen. Größer mache ich es gar nicht mehr. Es ist halt fingergroß, würde ich sagen. So fing, nicht ganz, also ein bisschen mehr wie fingerdick, aber so fingergroß. Probiert es aus. Ich finde die Größe ganz gut. Ihr könnt es natürlich größer, kleiner machen, was ihr möchtet, aber ich finde, so kommt es eigentlich recht dem Echten nahe. So, und jetzt bleiben wir bei den 12 festen Maschen. Und jetzt machen wir drei separate Reihen mit 12 festen Maschen. So, die drei separaten Reihen sind fertig. Das Ganze schaltet so aus. Wer möchte, kann schon Füllwatte hineintun. Ich mache es noch ein bisschen später. Ich lasse es noch offen, tue nur nichts rein. Und jetzt geht es runter von 12 festen Maschen auf 9 feste Maschen. Dazu nehmen wir jede dritte Masche ab. Eins, zwei, und abnehmen. Insgesamt dreimal. Eins, zwei, und wieder abnehmen. Und das letzte Mal. Eins, zwei, und wieder abnehmen. So, jetzt sind wir auf 9 feste Maschen. Und jetzt ist es so, dass ich den Faden ein bisschen lang ziehe und etwas Füllwatte hineintue. So, Füllwatte ist drinnen. Nachher tue ich noch ein bisschen nachstopfen, aber für das erste reicht es. Und jetzt geht es von den 9 festen Maschen auf 6 feste Maschen runter. So. Dazu nehmen wir jede zweite Masche ab. Also. Eins. Dann abnehmen. Zwei. Dann drei. Dann wieder abnehmen. Jetzt sind wir bei vier. Dann fünf wieder normal. Und dann wieder eine abnehmen. So. Okay. Gut, das war es jetzt mit Grün. Wir bleiben bei den sechs festen Maschen, aber wechseln jetzt dann eben zu Rot. Und machen mit Rot eine Reihe mit sechs festen Maschen. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Zwei. Zwei. Das ist nicht ganz durchgegangen. Fünf. Und sechs. Wenn ich einen Farbwechsel habe, dann... Moment. Noch. Jetzt. Dann schließe ich die Runde mit einer Kettmasche. Ich finde, es schaut farblich dann schöner aus. Das ist aber meist das Einzige, wo ich dann wirklich Kettmaschen benutze. So, jetzt haben wir sechs Reihen mit der... mit der Rot gemacht. Und jetzt würde ich euch raten, falls ihr nochmal nachstopfen wollt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Gut. Also ich habe noch etwas Füllwatte nachgestopft. Dann schneide ich mal den grünen Faden etwas weg. Stört der nicht. Nehme Rot wieder auf. So. Und jetzt mache ich dann so. Und zwar mache ich jetzt... Also nehme ich jetzt eine Masche ab. So. So. Dann überspringe ich eine und mache dann eine Kettmasche rein. So. Dann habe ich dieses leicht spitze. So. Ziehe den Faden etwas länger. Schneide extra ein bisschen mehr ab. Sicher den Faden ab. Und die Oliven ist so gut wie fertig. Ich werde jetzt die drei Fäden hier vernähen. Und beim letzten zeige ich euch, warum ich ihn ein bisschen länger gelassen habe. Also ich habe jetzt die drei Fäden vernäht. Und eben beim letzten, den habe ich länger gelassen. Weil ich die Oliven umgehend so... Also man kann sie natürlich so in die Länge ziehen und spitz lassen. Ich mag es aber ein bisschen flacher. Und deswegen lasse ich mir den Faden etwas länger. Such einen geeigneten Ort. Wo ich hier durchstechen kann. Zur anderen Seite. So. Jetzt hat er. Ziehe es ein bisschen rein. Damit ziehe ich auch das Innere, also das Rote auch ein bisschen ins Innere rein. Wer es möchte, kann es natürlich so spitz lassen. Aber wie gesagt, mir gefällt es flacher besser. Drum mache ich das jetzt mal. So. Und dann einfach wieder zurück, wenn man durchkommt. So. Jetzt hat er. Man muss natürlich schauen, wie streng man es anzieht. Dass es nicht zu kugelrund ist. So. Also mir gefällt die Form eben am besten. Und dann, das könnt ihr einmal, zweimal machen, wie ihr wollt. Und dann vernäht ihr einfach wieder. So wie immer. Bei mir ist das oft kreuz und quer. Und dann seid ihr schon fertig. Gut. Und schon ist sie eben fertig. Und jetzt habe ich schnell mal einfach mal Salatblätter geholt. Und eben einen kleinen Olivensalat dekoriert. Nenne ich es mal. Das wollen sie enthalten. So. Da könnt ihr auch wieder machen, wie ihr wollt. Natürlich. Das war jetzt nur gar auf die Schnelle. Aber die haben mir so gut gefallen. Und da konnte ich nicht anders, als zur Häkelnadel zu greifen. So. Gut. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wieder so ein kleines Spezial. Wie gesagt, wenn ich sie noch in einer anderen Farbe mache, dann zeige ich es euch. Entweder tue ich mir auch ein Video rein. oder nur Bilder dazu. Und beim nächsten Mal gibt es dann wirklich wieder was Größeres. So. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Nachhekeln. Hoffentlich. Ich hoffe, die kleinen gefallen euch. Und ich bin gespannt, was die Kinder morgen dazu sagen. Gut. Bis bald. Bis bald.